hallo freunde ich bin's creepyhauer und dieses mal könnt ihr mich wieder sehen in diesem video erstmal tut mir leid wegen der schlechten audio qualität ich habe nur mein handy hier mache ich mal wieder ein kleines special tatsächlich ein kleines silvester special ich las dieses jahr noch mal wie passieren und red einfach wie einfach das jahr für mich gelaufen ist möchte mich bei euch noch mal bedanken für eure unterstützung im jahr 2022 das jahr war merkwürdig es gab in meinem leben ein ganz schönes auf und ab mit meiner krankheit mit meinem problem einiges hat sich verschlechtert einiges hat sich aber auch verbessert stand jetzt geht es mir ganz okay das jahr war zwar wie gesagt interessant aber ich versuche positiv zu bleiben ich habe ganz viel hilfe bekommen in diesem jahr sehr viele erfahrungen gesammelt sehr viele nette menschen kennengelernt und kann für mich aussagen dass dieses jahr ein unvergessliches sein wird von meinen ganzen jahren bis jetzt würde ich sagen dieses jahr ist am schlimmsten gelaufen aber gegen ende hin hat sich doch noch einiges verbessert ich möchte mich vor allem bei euch bedanken liebe community dass ihr die ganze zeit hinter mich gestanden seit wir haben so viele meilensteine in diesem jahr erreicht 1000 abonnenten auf instagram über 200 abonnenten hier auf youtube und ich bin für jeden einzelnen dankbar jeden einzelnen der meine videos sich ansieht teilt immer kommentiert einen daumen nach oben gibt ich bin dafür euch so dankbar auch jetzt zuletzt haben wir noch 10.000 aufrufe auf diesem kanal erreicht und auch der adventskalender war ja war ein riesenraum arbeit aber es hat sich gelohnt ich habe sehr viel positives feedback bekommen überall und bin dafür auch mega dankbar ich bin gespannt was das nächste jahr so bringen wird in meinem leben an sich und auch mit meiner kleinen reise als vertoner und ich kann bereits jetzt sagen dass das neue jahr sehr sehr viel neues bringen wird es werden sehr interessante geschichten kommen neue kooperationen geschichten meinerseits natürlich und diverse andere überraschungen bleibt da auf jeden fall gespannt ansonsten will ich dieses video dieses mal gar nicht mal so lange hinaus ziehen ich wünsche euch vom herzen alles alles gute weiterhin einen sehr guten rutsch rutscht nicht aus schlechter wortwitz und passt auf euch auf wir sehen uns im nächsten jahr bis dahin alles gut 21 22 22 24 23 25 25 25 Vielen Dank.